Ah, hallo, da sind Sie ja. Schön, ne? Na wunderbar, wirklich einmalig. Sie sind noch mal in Ruhe. Möchten Sie eine Kittung? Ja, für das Finanzamt. Probieren kann man es ja. Na, ich will sie auch. Wir hätten einen Sach, ne? Einen Sach. Ich bringe Sie noch zu dir. Wiedersehen. Wiederschein. Ist ja prima, dass es noch geklappt hat, ne? Nein. Wir haben ja auch lange genug gewartet. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Dankeschön. Prima, ne? Brauchst du mich noch? Nein, nein, danke. Wir machen ihr sowieso gleich zu. Außerdem kann Herr Matula mir helfen. Mein Gott. Was hat denn jetzt schon wieder in den falschen Hals gekriegt? Also irgendwie mache ich das fast. Sagen Sie, haben Sie eigentlich abends immer so viel Geld in der Kasse? Schön wär's. Ich muss in Ihre Bank. Hm? Ich meine, die müsste doch ein Nachtressort haben. Ich habe noch mehr in der Kasse.